Ja, ihr Lieben, am 17. Oktober ist es endlich soweit. Wir bekommen die zweite Staffel von Jurassic World Chaos Theory auf Netflix serviert. Eine Sache, eine Serie, auf die wir uns alle, glaube ich, schon sehr lange freuen. Eben gerade auch, weil Staffel 1 ja wirklich extrem gut gewesen ist. Und ich sage es immer wieder, die Animationsserie macht nahezu alles besser, als es die Jurassic World Filme machen. Und deswegen bin ich da extrem heiß drauf zu sehen, wie jetzt die ganze Story weitergeht. Mit Darius, mit Brooklyn vor allem, mit Kenji, welche Konflikte unter unseren Helden auftreten. Natürlich auch, was für Dinosaurier wir hier zu Gesicht bekommen. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, hey, lasst uns doch noch einmal Revue passieren, was in der Serie davor passiert ist. In diesem Video hier fassen wir noch einmal die komplette Serie zusammen. Von Staffel 1 von Camp Cretaceous bis Staffel 1 von Chaos Theory. Alle Seasons komplett kurz für euch zusammengefasst, damit ihr wieder auf dem aktuellsten Stand seid. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir einfach keine Zeit und legen sofort los. Viel Spaß mit dem Video. Und damit willkommen zu meiner Zusammenfassung der Jurassic World Netflix Serien. Wir bewegen uns heute von der actiongeladenen Serie Camp Cretaceous bis hin zur brandneuen ersten Staffel von Jurassic World Chaos Theory. Ich nehme euch mit auf eine Reise durch die Dinosaurier-Abenteuer, die auf der mysteriösen Isla Nubla und darüber hinaus stattgefunden haben. Wir stellen uns also die Frage, was ist in allen Staffeln passiert? Und was erwartet uns in der Zukunft? Lasst uns also die verschiedenen Highlights der einzelnen Staffeln durchgehen. Von Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1, über Staffel 2, über Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4, ihr wisst wie es läuft. Und dann bis hin zu Jurassic World Chaos Theory. Beginnen wir also chronologisch. Logischerweise mit Staffel 1 von Jurassic World Camp Cretaceous. Die Geschichte beginnt, als eine Gruppe von Teenagern, darunter auch unser Hauptcharakter Darius, die Möglichkeit bekommt, an einem exklusiven Abenteuercamp auf der Isla Nubla teilzunehmen. Was als ein aufregendes Erlebnis beginnt, inklusive Dinosaurier-Safaris und Hightech-Attraktionen, verwandelt sich relativ schnell in einen Überlebenskampf, als die Dinosaurier dann ausbrechen. Und ja, Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1 spielt zum Teil vor dem allerersten Film von 2015, zum Teil während dem ersten Film von 2015. Hier gibt es ein paar Szenen, die dann auch parallel zueinander spielen. Aber die Serie spielt ebenfalls auch nach den Ereignissen des allerersten Films. Was umso spannender ist, mal herauszufinden, was eigentlich mit der Isla Nubla passiert ist, nachdem der Indominus Rex vom Mosasaurus gefressen wurde. In Staffel 1 werden die Camper von der Außenwelt abgeschnitten, als der Vorfall mit dem Indominus Rex aus dem ersten Jurassic World Film passiert. Die Teenager müssen nun auf sich allein gestellt überleben und sich durch den Dschungel schlagen, während sie vor Dinosauriern, wie zum Beispiel auch dem Velociraptor Blue und anderen gefährlichen Kreaturen verfolgt werden. Was mich an Staffel 1 sehr gefreut hat, ist, dass wir hier wesentlich mehr vom Jurassic World Park selbst erfahren. Der Park an sich kam mir im allerersten Film relativ klein rüber. Hier in Staffel 1 von Camp Cretaceous sehen wir andere Aspekte des Parks, unter anderem eben auch den titelgebenden Camp Kreidezeit. Das Camp Kreidezeit. Auf jeden Fall können wir hier ebenfalls sehen, dass bestimmte Hotelanlagen in gewaltige Mammutbäume hineingebaut wurden. Weitere Attraktionen werden uns vorgestellt und ja, die Serie Jurassic World Camp Cretaceous macht das Filmabenteuer des allerersten Films von 2015 definitiv noch wesentlich runder. Am Ende der ersten Staffel sind die Camper immer noch auf der Insel gefangen, da die Rettungsteams, welche die Isla Noobla evakuieren, naja, die Kinder einfach nicht finden und somit als vermisst melden und ohne sie von der Insel wieder verschwinden. Ja, Staffel 1 hat ein bitteres Ende, denn unsere Helden, später bekannt als die Noobla Six, bleiben hier auf der Isla Noobla alleine zurück. Wir bekommen also jetzt ein Abenteuer mit Kindern, die auf einer Insel gestrandet sind, wo Dinosaurier frei herumlaufen. Was uns dann rüber zu Staffel 2 bringt. In Staffel 2 sehen wir, wie die Gruppe von Kindern versucht, sich an das Leben auf der verlassenen Isla Noobla anzupassen. Ohne Kontakt zur Außenwelt und mit nur wenigen Ressourcen beginnt die Gruppe, sich gegenseitig zu unterstützen und Strategien zu entwickeln, um, naja, am Ende des Tages eben einfach zu überleben. Sie errichten ein provisorisches Lager und suchen sich dann einen Weg, von der Insel herunter zu kommen. Hierbei werden ein paar Ideen angebracht, welche dann in der zweiten Staffel versucht werden umzusetzen. Doch die Gefahren der Inseln bleiben weiterhin präsent. Von freilaufenden Dinosauriern bis hin zu Wildjägern, die auf der Insel landen, um Dinosaurier zu fangen und zu verkaufen. Ja, wir bekommen hier das allererste Mal menschliche Widersacher in dieser Animations-Netflix-Serie geliefert. Und hier habe ich den ersten kleinen Kritikpunkt. Ich finde nach wie vor, dass Tiff und Mitch irgendwie, naja, mehr so Blaupausen von Antagonisten darstellen. Vor allem, da einer von beiden definitiv exakt dasselbe Outfit anhat wie Dr. Alan Grant. Was so ein Augenzwinkern ist in die Richtung, glaube ich, irgendwie, naja, so ein bisschen Fanservice, nur in die falsche Richtung. Vor einiger Zeit habe ich mal ein Ranking abgegeben gehabt zu allen Staffeln von Jurassic World Camp Cretaceous, was ich bald mal erneuern müsste. Das habe ich dir mal da oben in der Ecke links verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Und ich meine, dass ich da ebenfalls Staffel 2 von Jurassic World Camp Cretaceous Abstufungen gegeben habe, weil ich fand die Antagonisten hier nicht ganz so cool. Am Ende gelingt es ihnen schließlich, die Jäger zu vertreiben, naja, beziehungsweise beide sterben. Also Tiff stirbt, weil sie auf einem Boot von Baryonyx gefressen wird und Mitch wird von Rexy im Dschungel zerrissen. Aber obwohl hier die Bösewichte quasi ausgeschaltet wurden, die Hoffnung schwindet. Denn unsere Helden müssen feststellen, dass die Kommunikation zur Außenwelt immer noch unterbrochen ist. In Staffel 3 von Jurassic World Camp Cretaceous bekommen es die Camper mit einer noch gefährlicheren Kreatur zu tun und dem wahrscheinlich, rein von der Bedeutung her, rein von der Story her, coolsten Hybriden, dem Scorpius Rex. Und ey, ich weiß, was Leute jetzt sagen werden, die die Serie bisher noch nicht gesehen haben. Hat Hobi wirklich der Scorpius Rex? Der sieht doch aus, als wäre, keine Ahnung, der Indoraptor wirklich frontal gegen einen Bus gelaufen. Und ja, tatsächlich ist die Optik des Scorpius Rex gewöhnungsbedürftig, aber dennoch relativ essentiell, um zu verstehen, was dieser Hybrid eigentlich für eine Auswirkung für das gesamte Jurassic Franchise hat. Ich will hier gar nicht allzu viel spoilern für die ein, zwei Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, holt das aber auf jeden Fall nach, wie gesagt, meine hundertprozentige Empfehlung. Aber der Scorpius Rex ist im Endeffekt so ein bisschen was wie Frankensteins Monster. Mehr will ich dazu jetzt erstmal gar nicht hier in den Raum schmeißen. Der Scorpius Rex wird als genetisch modifizierter Dinosaurier beschrieben. Wer hätte es gedacht? Der sogar noch aggressiver ist als der Indominus Rex. Und ja, das können wir, denke ich mal, alle so bestätigen. Deswegen, das wird in Staffel 3 auf jeden Fall herausgearbeitet. Die Gruppe kämpft hier allerdings nicht nur ums Überleben, sondern versucht auch das Geheimnis hinter diesem neuen Hybriden zu lüften, der in den Laboren von Dr. Henry Wu geschaffen wurde. Ja, der Scorpius Rex bringt ein Geheimnis mit sich und ich finde, dass dieses Geheimnis relativ cool ist. Man muss es nicht unbedingt wissen, um die Geschichte zu verstehen, aber wenn man es weiß, dann ist die Geschichte rund um den Jurassic World Park doch noch ein bisschen runder. Während der Action-geladenen Jagd auf den Scorpius Rex kommen die Camper einem Fluchtplan immer näher. Doch die Situation eskaliert, als der Hybrid-Dinosaurier unkontrolliert wütet und große Zerstörung anrichtet. Ach ja, und ebenfalls gibt es noch einen Side-Fact, dass plötzlich ein zweiter Scorpius Rex auftaucht, weil der Scorpius Rex ähnlich wie Blue eine Fähigkeit besitzt, sich ohne einen Partner vorzupflanzen. Was einem sehr viele interessante Gedanken entlocken müsste. Ich meine, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht gehabt, was denn wirklich passiert wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 3 von der Insel entkommen wäre. Gerade eben mit der Fähigkeit, sich selber vorzupflanzen. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, schaust dir auf jeden Fall mal an. Das ist sehr interessant und ein bisschen apokalyptisch, aber ich glaube dennoch sehr realistisch. Man könnte sagen, dass die Teenager in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 3 die gesamte Welt gerettet haben. Letztendlich gelingt es unseren Helden auch, dem Monster zu entkommen und sie finden endlich ein Schiff, das sie von der Isla Nubla wegbringen könnte. Hier nochmal ein ganz kurzer Side-Fact. Ursprünglich sollte die Serie Jurassic World Camp Cretaceous hier enden. Warum ich das erwähnen muss, ist wichtig für die Leute, die die Serie noch gar nicht gesehen haben und das Video jetzt hier eben einfach nur schauen, um irgendwie im Bilde zu bleiben. Staffel 4 und 5 werden gleich sehr überraschend für euch werden. Die werden sehr anders und das fällt auf. Ja, der Hintergrund dabei ist eben ganz einfach, dass Staffel 3 von Jurassic World Camp Cretaceous das Finale hätte werden sollen, wenn die Serie nicht so erfolgreich gewesen wäre. Der Erfolg der Serie war jedoch so gewaltig gewesen, sowohl bei den jüngeren Zuschauern als auch bei den älteren Zuschauern, sogar bei den richtigen Jurassic Park Fans, dass man sich eben dazu hinreißen lassen hat und gesagt hat, ja, wir machen noch eine vierte und eine fünfte Staffel, die zusammenhängen. Also die jetzt wirklich so stark zusammenhängen, dass Staffel 4 und 5 einfach The Final Chapter Part 1 und Part 2 sein könnten. Aber gehen wir jetzt mal in die Story rein. Worum geht's? Naja, in Staffel 4 verlässt die Gruppe endlich die Isla Nubla. Quasi das, was wir in Staffel 3 am Ende schon gesehen haben. Nur um sich dann auf einer mysteriösen neuen Insel wiederzufinden. Und hier könnte man die ersten Kritikpunkte anbringen. Tatsächlich schaffen unsere Helden es mit einem Boot, mit einem Schiff von der alten Insel runterzukommen und stranden einfach dann auf einer neuen Insel wieder. Wie gesagt, sie sollten eigentlich hier aufs Festland treffen und eben dann gerettet werden. Da die Serie aber eben so erfolgreich war, hat man sich gedacht, okay, wir führen eine neue Insel ein. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, neue Insel ist ja ziemlich cool, haben sie jetzt hier die 5 Tode weiter aufgebaut, kommen wir jetzt hier auf eine neue Insel der 5 Tode, dann können wir ganz klar sagen, nein. Die neue Insel, die wir jetzt bekommen, ist was ganz anderes. Die Insel ist mit hochentwickelter künstlicher Intelligenz ausgestattet und wird von einer Organisation namens Manta Corp kontrolliert. Ja, ihr habt richtig gehört, künstliche Intelligenz. Wir haben hier Roboter, Wachhunde, die mit Betäubungslaserstrahlen schießen können, um Dinosaurier unter Kontrolle zu haben. Wir haben eine Insel, die wie so eine Partypizza in verschiedene Teile aufgeteilt ist, um eben verschiedene Situationen bzw. verschiedene Begebenheiten zu simulieren, wie Schnee oder auch Wüste oder Dschungellandschaft oder Regen, um für verschiedene Dinosaurier oder eben prähistorische Tiere den perfekten Lebensraum zu schaffen. Das war für viele Fans und viele Zuschauer da draußen ein bisschen zu viel gewesen. Und ja, ich muss wirklich sagen, ey, Staffel 4 und 5 von Camp Cretaceous, die fühlen sich nach wie vor wie so ein kleiner Fiebertraum, aber die machen trotzdem Spaß. Denn unter anderem treffen wir hier einen alten Bekannten wieder, und zwar den Spinosaurus aus Jurassic Park 3. Ja, darüber habe ich auch schon mal gesprochen gehabt. Video ebenfalls oben links in der Ecke verlinkt. Hier habe ich die Beweise für euch gesammelt, dass der Spinosaurus aus Jurassic World, Camp Cretaceous Staffel 4, derselbe Spinosaurus ist wie der aus Jurassic Park 3. Ebenfalls treffen wir hier auf eine neue Art von Gefahr. Dinosaurier, die für wissenschaftliche Experimente benutzt werden und durch künstliche Umgebungen geführt werden, die Mentakorp kontrolliert. Das heißt, wir begeben uns hier langsam in den Auftakt der kontrollierten Dinosaurier und das machen die beiden finalen Staffeln wirklich sehr gut, dass sie uns auf das vorbereiten, was Jurassic World Dominion uns dann erzählt. In dieser vorletzten Staffel wird also die Bedrohung nicht einfach nur durch Dinosaurier dargestellt, sondern ebenfalls durch die Menschen hinter diesen Experimenten. Mentakorp verfolgt eine skrupellose Agenda, um Dinosaurier für militärische und kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Camper müssen jetzt also nicht nur den Tieren entkommen, sondern auch die dunklen Pläne dieser Organisation durchkreuzen. Was uns dann zur finalen Staffel von Camp Cretaceous führt, Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5. In der finalen Staffel von Camp Cretaceous erreicht die Geschichte ihren Höhepunkt. Die Camper setzen alles da dran, die Machenschaften von Mentakorp zu stoppen, während sie gleichzeitig einen Weg suchen, von der Insel zu entkommen. Ach ja, nebenbei ist auch noch der Vater einer unserer Hauptfiguren, der Widersacher der Staffel, also quasi der große Antagonist. Und auf die verschiedenen Figuren bin ich jetzt hier gar nicht eingegangen, das machen wir vielleicht nochmal in einem separaten Video, aber ohne Mist, es ist unfassbar, was die Schreiber dieser Serie aus diesen Figuren gemacht haben. Die Tatsache, dass der Chef der bösen Mentakorp-Organisation der Vater eines unserer Helden ist, ist nur ein minimaler Punkt von dem, was die gesamten Figuren eigentlich noch alles für Background-Stories haben. Ebenfalls tauchen jetzt weitere Dinosaurier-Hybride auf, die allerdings eher weniger gefährlich sind, weil es sich hierbei um Pflanzenfresser wie den Spinozeratops handelt. Am Ende dieser Staffel schaffen es die Camper dann, Mentakorp zu besiegen und die Dinosaurier vor weiterer Ausbeutung zu bewahren. Die Staffel endet mit einem emotionalen Abschied, bei dem die Gruppe es endlich geschafft hat, in die Zivilisation zurückzukehren. Aber ja, natürlich als veränderte Menschen, die durch ihre gemeinsamen Erlebnisse auf der Insel für immer verbunden sind. Die Staffel endet dann damit, dass eine unserer Hauptfiguren davon berichtet, dass in der Nähe des Lockwood-Anwesens Dinosaurier gesichtet wurden. Wir sehen unsere Hauptfigur Darius noch einmal ganz kurz, wie er aus dem Fenster seines Zimmers guckt und die Silhouette eines Brachiosaurus auftaucht. Und wir wissen, okay, Staffel 5 endet zu dem Zeitpunkt, an dem auch Jurassic World Fallen Kingdom endet. Die Saurier aus dem Lockwood-Anwesen sind frei. Was uns nun zu quasi Staffel 6 führt, Jurassic World Chaos Theory Staffel 1. Nach dem Erfolg von Jurassic World Camp Cretaceous startet das Jurassic World Netflix-Universum mit einer brandneuen Serie, wie gesagt Chaos Theory, oder wie sie im Deutschen heißt, die Chaos Theorie. Die erste Staffel spielt zwischen den Ereignissen von Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion in einer Welt, in der Dinosaurier nun frei unter Menschen leben und für immer das Gleichgewicht der Erde verändert haben. Ja, wir bekommen hier natürlich einen Zeitsprung serviert, Teenager, unsere Kinder sind inzwischen junge Heranwachsende geworden und alle leben ihr eigenes Leben an verschiedenen Orten der Welt. In dieser neuen Serie dreht sich alles um die wissenschaftlichen und moralischen Folgen, die mit dem Zusammenleben von Menschen und Dinosauriern einhergehen. Jurassic World Chaos Theory baut quasi eine Mystery-Geschichte auf, denn hier geht es darum, dass eine unserer Hauptfiguren, die wir in den letzten fünf Staffeln wirklich kennen und liebgewonnen haben, die ist tot. Und ja, das ist tatsächlich der Aufhänger der ganzen Nummer. Unsere Noobla-Six, unsere Helden, kommen endlich von den Inseln zurück, haben ein Abenteuer überlebt, das sie eigentlich jederzeit hätte zu Tode führen können, nur um dann festzustellen, dass jetzt, wo sie wieder unter Menschen sind, dass nun eine Figur aus ihrem Kreis ihr Leben lassen musste. Bei einem scheinbaren Unfall mit einem Allosaurus wurde die Figur namens Brooklyn wohl getötet. Die Serie spielt jetzt sehr stark mit der Erwartung des Zuschauers, was hier wirklich passiert ist. Ist Brooklyn wirklich tot? Wenn ja, wie ist das Ganze passiert? Ebenfalls erfahren wir hier von einem gewaltigen Komplott. Und ja, Jurassic World Chaos Theory ist wesentlich erwachsener und ebenfalls auch düster als die vorhergegangenen Staffeln. Neue Charaktere, Wissenschaftler, Regierungsbeamte und Dino-Experten treten in den Vordergrund, während sie versuchen, den Chaos-Faktor der neuen Welt zu bewältigen. Ja genau, das, was Ian Malcolm seit Anfang an gepredigt hat, passiert genau jetzt. Die Serie konzentriert sich ebenso sehr stark auf die Frage, wie die Menschheit in einer Welt überleben kann, in der Dinosaurier nicht einfach nur in Zoos oder Reservaten leben, sondern, naja, zu einem festen Bestandteil des Ökosystems geworden sind. Es geht um die Erforschung der neuen Weltordnung. Wissenschaftler versuchen neue Regelungen und Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln, um das Zusammenleben zwischen Mensch und Dinosaurier zu ermöglichen. Dann passieren, wie gesagt, ein paar unvorhersehbare Dinosaurier-Ausbrüche und versteckte Machenschaften von Untergrundorganisationen, die mit der Macht von Dinosauriern Profit machen wollen. Und alles, was hier nach und nach aufgebaut wird, sorgt wirklich für eine Menge Action und auch Spannung. Ja, Jurassic World Chaos Theory Staffel 1 ist genau das, was uns damals mit Jurassic World Dominion versprochen wurde. Ein komplett spannungsgeladener Action-Science-Fiction-Thriller. Was können wir also jetzt abschließend sagen? Die Jurassic World Netflix-Serien haben es definitiv geschafft, das gesamte Jurassic Park-Universum auf spannende und abwechslungsreiche Weise zu erweitern. Du musst Jurassic World Camp Cretaceous oder auch Chaos Theory nicht gesehen haben, um die Filme zu verstehen. Andersrum ist das genauso. Wenn du aber sowohl Filme als auch Serie gesehen hast, dann ergibt dieser gesamte Kosmos noch wesentlich mehr Sinn für dich. Während Camp Cretaceous die Überlebensabenteuer auf der Isla Nubla und, naja, der Mentakorp-Insel gezeigt haben, nimmt Jurassic World Chaos Theory uns jetzt mit in eine Welt, in der Dinosaurier frei herumlaufen. Und das Chaos, das damit einhergeht, ist erst der Anfang. Genau so, wie es hier gezeigt wird, sollte man eben mit der Thematik umgehen. Dinosaurier sind jetzt überall auf der gesamten Welt verbreitet. Von hybriden Dinosauriern bis hin zu moralischen Fragen über die Macht der Wissenschaft. Das Jurassic World Netflix-Universum bietet für Fans alles, was das Herz begehrt. Und wer weiß, welche Dinosaurier und Herausforderungen uns in Zukunft, beziehungsweise in Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory, noch erwarten werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren wichtigen Updates, Analysen oder ähnliches zum Thema Jurassic Park und Jurassic World mehr verpasst. Schreibt mir in die Kommentare unten rein, was ihr von Jurassic World Chaos Theory oder auch Camp Cretaceous haltet und welche Dinosaurier ihr in der nächsten Staffel unbedingt sehen wollt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.